Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde zu Rainbow Six. Noch immer noch keinen Erfolg gehabt. Aber wir sind dran. Ich begrüße heute wieder unseren Dennis. Ah Jo nicht. Und Jonas. Hallo. Gibst du dir einen Benjamin Witz? Nein, hab grad keiner drauf. Hab grad keine Auflage. Bist du da mit Puzzle beschäftigt? Puzzle gerade an mir rum, ja. Ich puzzle gerade an mir rum, da ist gut. Ah, CopCon, was ganz Neues. Ich spiele jetzt nur noch die gleiche. Pulse in der Verteidigung und Twitch oder Slash. Junge Mann, halten Sie bitte einfach Ihre Schnauze. Danke. Okay. Jetzt haben wir eine Chance. Wir können schon fünf. Da fliegt schon das Geld. Mane, Mane, Mane. Alle Menschen wieder Geisel. Alter, was ist da los? Ist da? Geh nicht noch Geisel, Alter. Kein Wunder, dass wir mal dauernd verlieren mit Scheiß Geisel. So, äh. Echt so. Huch. Okay, okay, schee. Nur noch zehn Sekunden. Ich geh doch hier. Nur noch fünf Sekunden. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Zugarsperre scharf gemacht. Abstand halten. Ich hoffe, dass sie da am Fenster kommen. Eingang präpariert. Nichts in den Explosionsradius kommen. Aufkommen rein, meine Freunde. CopCon. Es ist da. Okay. Was ist das? Arschloch Wollen wir da jetzt unseren Teambeschuss? Auch schon gerade Ja und da wurde wieder Coal, der Spaß Ich bin wieder durch Wer hat denn das jetzt so oft gemacht? Ich hab keine Ahnung, ich mal nicht Ich auch nicht Dann kommt doch kleiner Lade nach Wenn das bei dir kommt dann kleiner Und wieder? Ja Irgendwann hat das aufgemacht Schabern Jawohl Ich hab alle Gegner eliminiert Hey, wie tun wir schon? Wir schaffen doch Coal Ja, aber ich hab den anderer auch Coal Der, der auf der anderen Seite gekommen ist Wacht gleichzeitig Und ich hab ein Nitro Handy in den Obst geschmissen Wollt ihr Nicole Tätten hätte ich ihn Dermassen zerrissen Schabern 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 Kannst ruhig nehmen Warte Blitz Oh, die Ash Oh, die Ash Oh, die Ash Oh, die Ash Der Longton fahr schneller mit deiner Scheiß-Drohne Wie hält ich noch? Ja, vom Wegen Guck mal, ist er Guck mal, ist er denn das? Guck mal, ist er denn das? Nein, Fletch Ja, danke, Schöner Placiere Sprengladung, kein Dechner Ugh Kuck mal, so Die Kuck mal, ist er denn das? Ich bin heute Wie hältst du den So, bin wieder da. Hallo. Hallo. Sind die unten? Ganz oben. Ganz oben. Gut entdeckt. Die Cam. Wo ist sie? Ah, da. Auf die Cam. Mhm. Gut. Ist in der Overgirl? Drohne ist aktiviert. Ja, ich ja. Also der Geißlerraum ist frei. Und wenn man da einfach die Geißler und hauen ab. Ist das schon wieder irgendwo gekommen? Oder? Nein! So. Geißel übernommen. Vorwärts. Ja, keiner war im Geißlraum. Ich hab' den Geißl geschnappt und abgehauen. Oder? Vorher drüben. Auf Droge. Ich sag jetzt noch nix. Genau. Ich sag lieber nix. Ich muss aber ein bisschen den Tag angedauerts probieren. Den ich mir hier gegönnt hab. Easter. Der Favourite Easter. Wollen wir noch frei holen? Hauptes, packen wir mal. Den Raum befestigen. Die Geißel muss gesichert werden. Ich bin schwule. Amt der Scheiße. Dreckspack. Es bleiben 10 Sekunden. Das war zu lang. Das war zu lang. Hm? Was ist? Nicht was machen müssen in der Küche. Nicht vergessen die Kapkanfalle. Gehrein scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Chill. Endstockwerk. Auf und rüber. Geh. Okay. Ich bin bei der Geißl. Die ganze Drecksthrone. Wo ich bin. Boah, ich... Warte, ist der Thron? Ist noch eine? Ich bin tot. Scheiße, schon mal entdeckt. Die Kinn hat Sichtkontakt zur Geißel. Die wissen, dass ich da bin. Ja, die haben dich geraucht. Mhm. Bei Brunner Banane. Spucken Sie es aus. Ey! Ey! Spucken Sie es aus. Ey! Ey! Scheiße, Schakal, Junge. Ihr schießt eine volle Kante in die Fresse. Hobbits, ihr wissen, wo alle sind? Geht doch einfach hier und holen sie. Ey! Ich weiß, dass ich ein Text wird. Wenn ich dort bin, gell, dann sind sie die Geißel. KW-Rat hat nur noch 10. Darum guckt mal einer mit neid. Ja, ich und der Ding sind tot. Also, ich guck nicht. Also, ich guck nicht, ich ess jetzt erstmal, was ich ganz Zeit noch nicht, guck mal. Ich guck mal wie Sau. Oh, da geht einer ab, er hat 2,50 Euro. Hä? Ja. Aber Junge. Alle, ich hab' gemeint, er kommt vorne. Achtung, die Geißel. Hopp, schnell! Alle sind hier langsam, Mann. Welch, er rennt doch nicht, er lag. So ein Spasti, Alter. Das ist doch nichts. Da ist der Hang. Da ist der Tremopol bestätigt, oder? Oh, hat der Blitz noch genommen, ja? Ja. Ja. Ihr müsst die Geißel zurückholen. Oh, die sind irgendwo aber. Schau mal hoch. Ah, Schöpse. Rettungsversuch kann beginnen. Geißel finden und sichern. Ja, und wo? Oh, da ist noch einer rumgelachen. Schöpse. Geißel in Sicht. Schöpse. Im Ende riesen Raum, du. Ja. Ja. Wo man durch die Fenster alle reingehen kann. Hier auf dem Dach. vom Dach. Von Dach. Zum Dach. Ich bin jetzt hier. Neulegen. Ich bin jetzt hier. Der Hüter ist schön, ja. Ich bin hier. Jetzt kann hier. Eer M back ein schön. Schöpse. Die Fenster. mit mann ich bin so dumm ich glaube da gibt es gar keine naja denn ist da gibt es kein luke achtung die kämpfe die kamera links dann ist dann weg geh weg die holt die kämpfe links links hat mich einfach noch getrunter also die covera ist ja ja ausnahmsweise unglaublich jetzt haben wir es geschafft die verlegen wir bedanken uns für die tolle arbeit wünschen ihnen noch einen schönen tag schaltet ein bei rainbow six wetox wetox so Vielen Dank.